Kiara, Känguru, die Box geht um und haut sehr schnell zu. Aus dem Beutel an ihrem Bauch schaut an die kleine Kati heraus. Kommt ein Koko aus einer Pfütze, geht Kiara ihm auf die Mütze. Denn Kiara, Känguru, die Box geht um und haut sehr schnell zu. Aus dem Beutel an ihrem Bauch schaut an die kleine Kati heraus. Ist Kiara erst mal in Rage, gibt's für den Gegner eine Blamage. Kiara, Känguru, die Box geht um und haut sehr schnell zu. Aus dem Beutel an ihrem Bauch schaut an die kleine Kati heraus. Kommt ein Dingo angeschlichen, wird's mit blauen Flecken verglichen. Denn Kiara, Känguru, die Box geht um und haut sehr schnell zu. Aus dem Beutel an ihrem Bauch schaut an die kleine Kati heraus. Und die kleine Kati übt schon, ihre Schläge fast hart wie Bildschirm. Kiara, Känguru, die Box geht um und haut sehr schnell zu. Aus dem Beutel an ihrem Bauch schaut an die kleine Kati heraus. Wie die Mama boxt, weil die Kati boxen kann, kann auch Kati's Vati. Kiara, Känguru, die Box gern um und haut sehr schnell zu. Aus dem Beutel an ihrem Bauch schaut an die kleine Kati heraus.